Kann man einen Kuchen essen und den dennoch behalten? Die Antwort der Wall Street lautete in den letzten Wochen, ja gar Monaten, ja das kann man. Denn man wollte an der Wall Street die Zinssenkungen, fokussierte sich nur auf diese Frage, wann die FED die Zinsen senken wird, stellt aber nicht die Frage, wenn überhaupt die FED die Zinsen senkt, warum sie sie senken muss. Und genau das ist vielleicht heute so ein bisschen passiert, dass man nämlich einpreist, dass in den USA, vielleicht nicht nur in den USA, sondern global eine Rezession bevorsteht, denn wir haben heute Konjunkturdaten bekommen, aber vor allem auch Zahlen von Unternehmen bekommen, die doch einigermaßen tief blicken lassen und die US-Aktienmärkte heute unter Druck. Jetzt alles nicht dramatisch, gar keine Frage, wir sehen den Nasdaq stärker unter Druck. Wir sehen aber solche Geschichten wie Dow Jones Transportation über 3% im Minus, also die Transportwerte. Wir sehen den Russell 2000, der also sehr stark, vor allem inneramerikanisch oder nur in Amerika tätige Unternehmen umfasst, 1,5% im Minus, dagegen Dow Jones und auch S&P 500 noch einigermaßen glimpflich. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht, vor allem dann mit den Zahlen der Dickfische Microsoft und Google. Aber wir hatten heute das Verbrauchervertrauen Conference Board extrem schwach, viel schwächer als erwartet. Und im Begleittext hat das Conference Board davon gesprochen, dass die Amerikaner zunehmend pessimistisch werden, eine Rezession erwarten und das ist ja das Ding. Wenn du eine Rezession erwartest, dann richtet sich dein Handeln und dein Denken danach aus. Das heißt, das ist eine self-fulfilling prophecy. Wir hatten heute den Richmond Fed Manufacturing Index auch wieder schlechter als erwartet, vor allem die Business Conditions. Und beim Verbrauchervertrauen haben wir gesehen, dass die Inflationserwartungen mit 6,2% relativ hoch bleiben. Und hier mal so ein paar Auszüge. Immer weniger erwarten, dass sich die Business Konditionen wirklich verbessern. Und jedes Mal, wenn der Index länger unter der Marke von 80 ist, nämlich der Expectations Index, der Erwartungsindex, und das ist er seit Februar 2022, nur einmal Dezember 2022 ist er da kurz drüber gegangen, jedes Mal dann gab es eine Rezession. Und erstaunlich ist, dass vor allem die Jüngeren jetzt immer pessimistischer werden, vor allem die unter 55-Jährigen, die also über 50.000 und mehr verdienen. Also die wohlhabenden unter 55-Jährigen, die werden jetzt richtig skeptisch. Wir sehen, der Consumer Confidence Wert ist jetzt auf den schlechtesten Wert seit Juni 2022 gefallen. Also das ist natürlich schon besorgniserregend. Und dann hatten wir die Zahlen von UPS, weltweite Tätiger, Logistiker, die ziemlich mies ausgefallen sind. Die Aktien 9% unter Druck. Und man spricht von einer stark nachlassenden Nachfrage von Firmen und Konsumenten und sagt explizit, das sehen wir auch in Asien. Und erinnern wir uns, es ist ja noch nicht so lange her, dass die Märkte sich Wunderdinge von China erhofft haben, weil man sich sagte, boah, da wird jetzt der Wahnsinns Konsumrausch dann wirklich kommen. Bisher ist er nicht gekommen, dazu gleich mehr. Wir sehen das Rezessionsmodell oder die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession anhand des New York Fed Rezessionsmodell jetzt auf dem höchsten Stand seit 1900 unter 82. Also wenn die Fed ihr eigenes Modell ernst nimmt, dann müsste sie sehen, das könnte ein bisschen schwierig werden. Und wir haben solche Headlines jetzt auf Bloomberg Stock Slide as Earnings Disappoint. Ja, nicht alle. Wir haben General Motors sehr, sehr stark. Wir haben durchaus auch gute Zahlen gesehen, 3M und so weiter und so fort. Aber wir sehen, dass nicht nur die Aktien unter Druck sind, sondern vor allem auch die Renditen fallen für Staatsanleihen. Also praktisch hier auch eine zunehmende Rezessionswahrscheinlichkeit eingepreist wird. Und hier Matt Maley, ein Analyst, der sagt, also jedes Mal, wenn es eine Kreditkontraktion gegeben hat, und die sehen wir ja derzeit, dann kam es in einer Rezession. Und Investoren, die müssen jetzt mal langsam ihren Menschenverstand gebrauchen und letztendlich sich damit klar werden, dass dieses Softlanding-Narrativ, also dass die Wirtschaft in den USA irgendwie schon eine ganz weiche Landung macht, dass sie das in der Pfeife rauchen können, so formuliert er das. Und das ist ja das, was eigentlich schon länger ziemlich klar ist, aber die Wall Street eben nicht wahrhaben will. Und wir sehen jetzt auch diese Wachstumssorgen in China. Wir haben ja sechs Tage in Folge jetzt fallende Kurse in China. Gross Worries, also Wachstumssorgen sind es, die hier letztendlich zu diesem Abverkauf geführt haben. Wir sehen, dass Kupfer, Eisenerze deutlich unter Druck sind. Also Rohstoffe, die normal dann gut laufen, wenn die Konjunktur gut ist. Und wir haben schon länger gesehen, dass Kupfer zum Beispiel nicht gut läuft, aber die Aktienmärkte dennoch weiter gestiegen sind. Ja, weiter gestiegen sind sie vor allem wegen den großen Dickfischen. Der S&P 500 hat 297 Punkte in diesem Jahr bis jetzt gewinnen können. Unter den ersten zehn kein einziges Unternehmen, das nicht Tech ist, wenn man jetzt mal Visa als Finanzunternehmen nimmt. Das ist an Nummer 10. Die Top 5 Aktien haben 62,75 Prozent dieses Anstiegs ausgemacht. Apple, Microsoft, Nvidia, Meta und Amazon. Und wir sehen die Marktbreite unten hier in diesem Chart von Sven Henrik. Miserabel, also es waren die wenigen. Ich hatte das schon öfter gesagt, es kommt Ihnen wahrscheinlich schon zum Hals raus. Aber es ist eben der Fall, dass es die wenigen Aktien waren, die das Ganze doch gut nach oben getrieben haben, aber die meisten Aktien letztendlich schwach waren. Und wer 2022 Aktien gekauft hat, darauf verweist Alf, der ist davon ausgegangen, dass der Gewinn pro Aktie bei 220 Dollar liegen wird. Aber jetzt ist von diesem Gewinn nichts mehr zu sehen. Damals glaubte man, dass wir ein Earnings Growth, also ein Gewinnwachstum von 8 Prozent bis 10 Prozent bekommen. Jetzt haben wir null Wachstum bei den Earnings, teilweise sogar rückläufige Earnings. Also stellt sich die Frage nach der Bewertung. Und das ist genau das Thema. Sind die Aktien zu teuer, wenn eine Rezession kommt? Ich meine ja, weil die Bankenkrise hier Investoren offenkundig ermutigt hat, in Tech-Aktien zu gehen, haben wir hier gesehen, dass die Kurse und die Bewertungen gestiegen sind, aber gleichzeitig die Gewinnerwartungen für diese großen Tech-Aktien eben nicht gestiegen sind, sondern weiter gefallen sind. Aber das hat alles nichts ausgemacht. Big Tech war gesucht, dieser schwergewichtigste Sektor im S&P 500 mit 28,5 Prozent. Und dann hätten wir noch BC-Bankenkrise. Hier Sources erzählen CNBC, dass wohl die nächsten Tage kritisch werden für die First Republic Bank, die ja gestern Zahlen vorgelegt hat, die jetzt an sich gar nicht so schlecht waren. Aber die Einlagen sind massiv gefallen. 40 Prozent in wenigen Wochen, die Aktie heute 27 Prozent im Minus. Und das ist natürlich ein schwerer Schlag. Man blutet aus und ich sehe bisher nicht, wie sich das ändern soll, solange eben diese Banken nicht in der Lage oder will sind, diese Zinsen an ihre Kunden weiterzugeben, die man bei Geldmarktfonds wirklich erreichen kann. Wer es geahnt hat, dass das ein Top-Aktieninvestment ist, das ist Jim Cramer. Damals stand die Aktie noch bei 85 Dollar. Und die Fed hat ja Liquidität bereitgestellt, um die Lücken aufzufüllen. Die Banken haben Einlagen verloren. Dann konnten sie sich teuer verzinste Kredite bei der Fed besorgen. 400 Milliarden Dollar ist die Bilanzsumme der Fed gestiegen zwischenzeitlich. Und jetzt sehen wir mal den Regionalbankenindex anhand des ETF-KRE. Und wir sehen, also 400 Milliarden Dollar haben scheinbar nicht ausgereicht, um diesen Index weiter abstürzen zu lassen. Die Bankenkrise scheint also noch nicht wirklich gelöst. Aber auf der anderen Seite hat die Fed jetzt ihre Liquidity-Swaps eingestellt oder die tägliche Versorgung mit Dollar-Liquidität eingestellt. Jetzt ist es wieder nur einmal die Woche. Davor hat man es täglich gemacht. Das ist jetzt vielleicht eine Aktion, die die Märkte noch mal unter Stress setzen kann, weil eben jetzt dieser Dollar-Bedarf wieder zunehmen könnte. Und da ist auch in Europa offenkundig ein Problem. Wir sehen heute die spanische Großbank Santander, die heute 5% verliert. Warum? Weil eben die Kunden hier auch Geld abziehen. Das alles ist noch nicht so krass wie in den USA, weil eben die Zinsalternativen noch nicht so wirklich gegeben sind. Aber es ist eben durchaus der Fall. Und die andere ganz große Baustelle, die auch eine Baustelle der Banken ist, ist ja dieser Gewerbeimmobilienbereich. Und jetzt hier Blackstone, auch ja kein kleiner Fisch. Der könnte jetzt wohl praktisch einen Zahlungsausfall melden müssen. Über 250 Millionen Dollar bei 11 Apartment Buildings in New York. Nämlich in der teuersten Zone New Yorks. Und hier sehen wir mal rechts der Traffic, der Verkehr in den Innenstädten, der USA, Gewerbeimmobilien, alles was dran hängt. Geschäfte, die Leute wollen essen, dann einkaufen. Wenn sie vielleicht mal eine Pause haben bei der Arbeit, der geht deutlich zurück. Wie deutlich, das sehen wir hier. 32 Prozent durchschnittlich im Vergleich zur Zeit von vor Corona. Und derzeit sind 50 Prozent weniger Angestellte da offenkundig regelmäßig am Start. Das kann man zum Beispiel an Smartphone-Daten ermitteln. Das ist also durchaus alles mit diesen Daten schon entschlüsselbar. Und die Innenstädte haben also ein Problem. Aber die Suburbs, die Außenbezirke, die scheinen von dieser Entwicklung zu profitieren. Aber in den Innenstädten stehen eben diese teuren Gewerbeimmobilien, die jetzt auch noch refinanziert werden müssen. Vor allem durch diese mittelgroßen Banken in den USA. Und vielleicht ist es deswegen kein Wunder, dass wir sehen, dass das Smart Money jetzt verstärkt auf einen ziemlichen Abverkauf bei US-Aktien setzt. Das hatten wir zuletzt Ende 2021 und August 2022, dass hier die Put-Bestände so hoch waren, um sich eben abzusichern gegen einen Fall von Aktien. Viele können ja nicht einzelne Aktien shorten, sondern die müssen dann mit solchen Produkten eben sich absichern. Auch auf der Unterseite. Manche sind dann vielleicht einfach nur short. Aber ich denke, die meisten sind letztendlich da eher in Sachen Hedge unterwegs. Und hier sehen wir, wie die Dinge auch eskalieren in Sachen Schuldengrenze, Schuldenobergrenze in den USA. Es kostet jetzt 9600 Dollar pro Jahr, um sich zu versichern, wenn man eine Million US-Dollar in Staatsanleihen hält. Das ist der höchste Stand, den wir haben. Das ist höher als in der Finanzkrise und in den anderen Krisen der letzten Jahrzehnte. Und wir sehen vor allem hier den Spread zwischen der einmonatigen und der dreimonatigen US-Staatsanleihe, der geradezu jetzt kollabiert. Also da ist durchaus Stress im System, weil man sich sagt, naja, die Republikaner selber sind uneinig. Die Demokraten, die wollen scheinbar noch gar nicht erst mal verhandeln über diese Anhebung der Schuldengrenze. Und weil die Amerikaner immer weniger Steuern einnehmen, minus 29 Prozent zum Vorjahr, da ist eben dann die Sorge, dass wir jetzt schon im Mai letztendlich mit diesem Stress zu tun haben, weil im Juni hier eine Lösung her muss. Und da ist bisher überhaupt noch kein Anzeichen zu erkennen, dass diese Lösung kommt. Aber vielleicht kommt eine Lösung für die Märkte. Microsoft und Google werden berichten. Und wir berichten bei Finanzmarktwelt ab 22 Uhr und wie sehr das hier reinschlägt. 6 Prozent, über 6 Prozent die Gewichtung allein von Microsoft. Und wenn man Google Klasse A und Klasse B Aktien zusammenzählt, dann bringt das auch was auf die Waage. Also das wird richtig wichtig. Wie gesagt, 22 Uhr werden wir die Zahlen berichten. Hier mal die erwartete Volatilität nach den Zahlen. Apple noch am wenigsten, 4,1 Prozent. Microsoft 4,8. 5,5 Alphabet. Amazon 7,9 Meter. 10,2 Prozent. Man erwartet also hier richtig fette Bewegungen. Und jetzt natürlich heute schon die entscheidende Frage. Ja, wie schaut es denn aus mit KI? Also mit künstlicher Intelligenz. Das ist ja der Zaubertrick gewesen. Je öfter du KI erwähnst, umso besser für die Aktie. Ich nehme an, dass man heute da ausführlich Gebrauch machen wird. Auch bei Microsoft etwa. Auch Google hat ja eine KI. Aber Bart ist bisher noch nicht so wirklich stark am Start, kann man sagen. Also am besten oft KI sagen, am besten Entlassungen ankündigen, mit diesen Einsparungen durch die Entlassungen dann eigene Aktien zurückkaufen und alles ist schick. Und wir sind im dauerhaften Bullenmarkt, meine Damen und Herren. Wir haben, wie gesagt, heute die Zahlen dann im Fokus, auch die Marktreaktionen, wenn Sie wissen wollen, was da erwartet wird. Da haben wir für Sie mal eine Vorschau gemacht, die das Ganze aufarbeitet. Erstmal von Alphabet, also den Google-Zahlen, dann von Microsoft. Was ist da genau zu erwarten? Diese beiden Empfehlungen, wenn Sie sich darauf vorbereiten wollen, was da kommt. Und wird die Fed jetzt auf weitere Zinsanhebungen verzichten? Sagen wir mal, im Mai ist ziemlich sicher, dass Sie die Zinsen nochmal anheben, wegen der Bankenkrise, weil Sie sagten, das ist uns zu gefährlich. Das sagt mein Kollege Wolfgang Müller, der mit Andreas Beck auf dem Börsentag in München darüber gesprochen hat. Und Andreas Beck hat gesagt, jede Finanzkrise ist letztendlich ausgelöst durch eine Krise am Immobilienmarkt, ob Privatimmobilien oder eben Gewerbeimmobilien. Also drei Empfehlungen und ab 22 Uhr am Start sein. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.